mohrleute herzlich willkommen zu einer neuen folge woppelie live zusammen mit einmal herr finn und einmal den schmalt spur luna komplett auseinander wir drei sind geschenke also ich weiß nicht wie ich das bei finn mache ja ich bin am leben warte lass mich mal knopf drücken ok finn lass mich lass mich lass mich lass mich da kommen nur bei mir klavier raus einfach mit ansagen ich halte das klavier fest ich habe hier festgehalten ich habe kurz festgehalten ich bin ich war länger am leben wie das klavier festhalten wollte hier also einer von der andere hat auch von finn soll ich dann den knopf drücken wenn ich wieder draußen bin bei mir kommen nur klaviers die kohd die kohd alarm ja kann ich drück die luft gerade ab auch ich bin ja auch ja nein ja war das ja warum soll ich dir sagen wenn du mir selber weibst warum das war kraft lustig irgendwie die zwei auf einmal weggeknallt ja 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 ich bin nicht schon wieder warum immer nur mit diesen typen ich meinte nicht ich meinte hier die polizei das echt macht die polizei die die in den Schwerdorfer den Kopf wurde geltet ich bin schon wieder geltet ich will mir die Sachen aufhalten in ein Schuttschild wüff ich würde sie überlegen Fin ich kann dir helfen Fin ich helfe dir helfen mir ja alles drauf wenn der knopf wieder grün ist dann das kommt jetzt noch lass mal gucken nein doch bitte wenn ich sage nein heißt auch nein er hat weiter gedrückt doppelt denn willst du 20 Prozent bei jemandem doppelt eine Karte also der andere Janik willst du 10 Euro oder jemand anderen doppelt er war mit 10 Euro die Hälfte wir machen über jemand anderen doppelt bekommt dann vielleicht noch dran nein ja ich hab mich haupt nicht bewegen weil ich wurde so geschreddert ich bin geflogen ja wie wir beide hier zerstattert werden Leute ich geh mal auf Klo nein er muss auf Klo hoffentlich ist er gleich wieder der wenn ich trampel ja ja ne was Janik wird nach fünf Sekunden zerstattern ja ich halte dich fest als Schutzschild oder was ja Lass ihn doch zerstattern ja stimmt das hast du gerade wirklich gemacht das hast du gerade wirklich gemacht oh also ich bin der Ausweis du bist ausgefehlte Master äh Game Master ja oh ja da wurde nach fünf da wurde nach fünf Minuten hier zerstattern war das lustig war das lustig hm ja ich hab sie probiert festzuleiten er zwei dürfen wir uns verkloppen ja es macht nämlich so wie ich war ja 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 sofort mit dir ja mit der party warte soll ich dir helfen warte mach mal nix macht mal nix ich weiß wie guck zu guck zu guck zu guck zu guck zu guck mal zu wie ich ihn treffe ja es kommt müll runter jetzt jetzt ja ich hab's überlebt war der bruder aber eine klassische hand eine klatsche ja für ihn haben wir noch zu hause da gibt ihnen mal da kann ich ihnen eine klatsche geben 11 warte mal kommt was fettes runter bin was denn was für welchen es kam gerade ein schmink krank ja ich hab ihn ja das hat dich so gefuldet dass ich mich in den Augen bitteschön und ich bin jetzt rum und bin darüber gestolpert wir haben wenn du musst jetzt mal auf mich warte mach mal so hier lass uns mal festhalten hallo es kommt das klavier es sieht das falsch aus was wir machen ähm leute es kommt das klavier habt ihr es nicht gehört ähm doch es hat direkt beide mitgenommen ja jasi du musst dir das gleich mal auf youtube angucken wie wir da weggeschäubert haben äh äh und dann kommen nochmal drei Sachen mit das war lustig finn und ich halten uns fest hier wir machen das verbotener auch näher wollen wir das nochmal machen finn ja warte ich geh wieder vor alle wir essen jetzt ein normales klavier hallo es kommen die mühlsäcke es kommen die mühlsäcke leute ich halte mich fest bis ich sterbe oh oh leute es kommt was ich habe ihn verletzt er war mein schuldschild ey finn aber du wurdest echt hart getroffen und du einfach nur so ein bisschen nicht nicht ich spreche gerade über alles drüber obwohl ich alles in der Hand hande will als ob du nicht getroffen bist Jani und ich schmeißen dir alles drunter und der stirbt nicht stirb 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 er stirb stirb es kommen jetzt nochmal zwei dicke klopper den rum ah ja Jani erst was runter ich beobachte ihn ja da warte Finn save him Mölsäcke 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 saven ein paar stück paar stück saven Finn ich habe eine ich habe eine ich habe eine den schmeißen wir jetzt runter die eine Seite ist gleich leer nein er hat gleich gewonnen ja guck mal jetzt kann ich dir alles drauf schmeißen ok alles drauf schmeißen 12 11 10 9 ah nein 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 auf geh auf geh auf geh auf ja schau hä jetzt werde ich als thresher aber dann wenn ich thresher bin hä du bist verloren weil du gestochen bist ja ich habe leider ich habe gewonnen ein ihr hashtag irgendwann wollen wir das noch mal machen finden sollte mal ein unendlich money clip zeigen von wobbly live ich habe hier eine milliarden warte nein ich muss mich schon wieder mit meinen sommersachen klopfen in der hose schon ein loch ich bin komplett dreckig was machst du da ich bin gut bitte nicht auf der kamera warte lassen wir alle zurück zur lobby also warte noch nicht verlassen noch eine runde auch schade warte ich habe die neue ich hatte ich mich als erstes dann ja 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 noch nicht bin play world muss zu machen das erste diesmal meine knochen sind schon alt ich trainiere mal ein bisschen mit meine villa habe sogar eine villa guck mal zu finden warte ich geh gerade noch im game lach und find ich mir ein also speed run in minecraft speed run run ja du bist nicht in meine villa warte guck mal wo ich bin am aus der welt sorry soll ich kommen guck mir mal zu empfinden ich hab dich eingeladen warte guck mir mal gleich alle zu guck mir mal zu erst mal gemein nicht bortwagen steig ein erst mal du warte guck mir mal zu finden warte wo ist denn ein bank automaten kann mir jemand was markieren in der bank warte kurz ich komme wo ist der denn wo ist der denn ja 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 kommen wir mal ganz schnell äh was sagst du zu meinem auto gut m warte guck mir mal zu alle ihnen zugucken ich komme gerade zurück gefahren guck mir mal zufällig guckst du guck mal wie viel geld ich habe das ist mir das gesagt wo er nicht dabei war das eigentlich dann nachher finden das kann man glaube ich im cloud speichern oder so naja falsch also ich das nur kennen im cloud speichern weil ich wollte mir auch so eine villa kaufen ich auch ey wer will meine villa überhaupt sehen du hast eine in der reichen stadt das ist eine arme stadt hallo eine reiche äh finden das auto habe ich auch habe ich auch hey junge das haben wir alle du das auto ist gleich wirklich am arsch ein zeug das hat man nicht gehört ach egal das sind bären nein das brennen das auto kein auto ist kaputt warte ja nein nein braucht kein auto warte 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 war mit mir ja fahr mit mir ich bin ein hamster leute ich bin ein hamster leute du steigst ein ich häng mich an äh wenn wir aber meine hamsterkugel mit nein die bieten das war auch gewohnt warte ich muss meine meine villa markieren ich hab ich hab ich hab jetzt auch ein Geschenk auf dem Kopf du hast du nicht äh das ist was macht spaß nun schmeckt koste mal wieder koste mal wieder rauch schmeckt ich habe mein doktor auge noch ausgerüstet ja ich habe meine leider nicht ausgerüstet wir alle müssten eigentlich ein doktor auge haben habe ich habe einen aber ich habe nicht ausgerüstet ich kann nicht ausgerüstet wenn wir am petto vorbeifangen kann ich ihn kurz ausrüsten warte vertrauen mir mal in meine villa kann man sie auch aus hier ausrüsten oh jetzt geht aber richtig vollgas ich bin doch nur der abgeschenkt im kopf der hier gerade am spoiler hängt warte ich richte hier an wo meine villa dann gleich einfach nur eine mietvilla warte ich bin nicht ein ich bin doch kein bock das tut doch viel an dem fuß herzlich willkommen in meine villa und finna hat sich fast den kopf gestoßen und hier so gehe rein um meine haus ich und hier luna parken luna rein wir parken genau wir parken k k k k k k k k k er kommt ganz rund auf den zu meiner wohnung auch gucke mal wer finde meine katze er hat den platzern gemacht wer freut sich schon auf dem abendessen am tisch alle am tisch setzen kommt ja egal da kommen wir rein man kann immer noch duschen gehen hier ist ja unendlich weißt du wofür ich bin jetzt glaube ich zu klein kommen sofort zu mir oder du wirst dein wunder leben ja der ist noch drauf der ist im durche entweder ich weiß wo ganz oben hatte ich geh vor ist meine vielleicht gefordert wo bist du dann junge macht die glocke ist nicht an findet hier am essen hinsetzen alle ich koche was für euch war ich muss hier ist das hier sind die stühle das war der erste jetzt kommt der zweite komm mal mit ihr seid jetzt ruhig ich komme mal kurz ein entführer auto ich glaube ich werde ich glaube er will kick haben soll ich dann kommen wir runter du wartest du wartest du wartest du wartest du wartest du wartest du warte mal kurz jetzt wir können auch gar nichts dagegen machen nein nein meine führer auto ist schon da alle rein ich gehe freiwillig rein ich bin ganz mit drin ich bin ja ne wie kann man nochmal drohnen aktivieren mit f1 f1 oh Gott was ist hier los das sind die entführer ich bin guck mal ob du unmächtig bist ich ja du wer sonst äh dafür muss man kurz stehen bleiben jetzt bin ich bewusstlos warum drückt da nicht auf 1 aber 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 das der server legt ja nie wie hängen wir hier woher bist du mit uns hin ich dachte du kannst dich nicht mehr an erinnern alles ich habe ein besseres auto für euch mal gucken wie meine mädchen da liegen ah guten morgen wir sind endlich da ab in nächstes auto alle rein äh ja gut tsch 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 was will es kaputt der kommt darauf der geht ich hab mich kaputt gemacht ich hab mich kaputt gemacht ich hab mich kaputt gemacht gehte ich überhaupt noch zu gehte überhaupt noch auf ich geh doch auf ja warte immer lang jetzt ist er kaputt opf leg den mal schlafen bitte da geht immer kaputt ich glaube ich hätte gesagt liegen mit einem schwabelbacke am schweren kopf wo muss er hin finden warum ist sein pc noch an er hat sie noch im diskon er spielt seit 34 minuten und er hat die kann 3 auch schnell durch die Brücke auch die Polizei verfolgt uns die auch seit Liedner ich kann machen wir sind schon 28 minuten aufnahme ich tue so als ob ich krankenwagen wer er er ich bin ruhig die Anpassung alle warte bleib mal da liegen hat meine Katze von Koppel ja ja hallo ein Patienten wo liegt ein Patienten Ok, ich seh den. Junge, warum bleibt er nicht mal stehen? Guten Tag, hallo. Müssen Sie auf die Trage? Ach, der ist so dick. Leute, das geht. Ey, warum ist er eingestiegen? Ich hab eine gute Idee. Lass hier rein, nach reingehen. Nein, nein, nein. Ich hab eine gute Idee. Ich hab eine gute Idee. kann man nicht zu mir bitte hey chef was soll ich machen ich habe es viele Ich hab es viele Ich hab es viele auch viele Ich hab es viele Ich hab es manchmal ich habe noch ich habe ein bisschen Ich natürlich Ich hab es Ah, hier ist der noch ein TV. Warte, ich will mitmachen. Hier, komm. Polizei! Alle stoppen. Warte, warte, warte. Ich auch. hallo ich bekomme diskon benachrichtigung und auf nachrichten und schmecken sie lecker warte was sagst du keine ahnung gesagt ich sag es gibt doch fünf andere fragen Oh, mann! Warte! Hallo! Junge Leute, habt ihr die Antwort gewusst? Hä? Hä? Nääää! Was brauchen wir für mein Auto? Ja! Da könnten wir hier nachts auf Fernsehen schauen! Aaaaah! Ey, nicht schon wieder das! Swimmingpool, blue, bee, 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 bee. Was, bee? Bee, glaub ich. Glaub ich nur noch Po. Hä, so ist... Höh! Hä? Wasser ist doch blau. Ja. Mann. Ich glaube, er meint die Spirale. Mann. Ich kann mich wieder nicht bewegen. Warte, warte, warte. Hilfe. Hilfe. Jetzt kann ich mich bewegen. Ich habe den Kopf angefasst. Rechtzeitig hast du mich angenommen. Ihhh. Noch mehr. Noch mehr mit Genatze. Oh, was gibt's zu win? Oh, 100 Dollar. Ich brauche sie ja nicht. Ja, ich brauche die. Du brauchst auch nicht, weil ich dir zeige, wie man schützt. Da habe ich aber merkt. Wobli TV. Wobli TV. Safety ist falsch. Wobli TV. Ich wusste es, weil... Ja, ich auch. Wobli TV. Ja. Noch vier Fragen. Vier Fragen. Next question. Oh nein, die Antwort weiß ich nicht. Ach, ne. Oh, ne. Purpel, Purpel. Purpel, da wer raus? Granny's dress, Purpels. Safety ist aufholt. Richtig. That's correct. Ich weiß es. Ach, die anderen Fragen hast du nicht gewusst. Ja, weil ich weiß nur bestimmte Sachen. Äh. Was sagst du? Wobli TV. Wobli TV. Wobli TV. Oder Dodd-Jams. Ich sag C. Und du nimmst D. oder... Ey. Oh. Ich hatte richtig. Wir haben drei Fragen richtig. Jetzt noch zwei. Ne, noch eins. Oder ne. Ne, zwei. Zwei noch. Und ja, aber nein, ich habe Angst. Die Pizza, wir können 100 Dollar verdienen. What's the best Wobli Drop? Äh. Äh, Pizza? Joa. Safety ist falsch. Ja, Pizza. Noo? Ich habe eine Formatung. Warum haben wir kein TV genommen? Weiß nicht. Weil wir so lange machen, bis TV kommt. So lange mache ich auch noch das Video. Also wie lange das Video schon ist? Ja. 36 Minuten. Hör du? Ah, was sagst du? Ich sag viel. Falsch. Hör du, du liebest. Ja! Wui, hätte du gut gemacht. Warte. Warte, darf ich für dich das Geld nehmen, bitte? Ich bringe es nur zum Banken für dich. Aber ich löse es aber nicht ein. Ich mache es für dich. Hä? Warum ich 30? Ey, da hast du nochmal 130. Achso. Warte, darf ich... Warte, wollen wir es im Auto nehmen? Kommst du? Ja, ich komme, ich komme. Ey, das ist geil, oder? Ja, los, können wir. Wir haben einfach gewonnen. Einfach 300, warte. Warte, 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 warte. Aber noch nicht drücken, okay? 130. Oder... 260 Dollar haben wir. Darf ich... Äh, warte, ich drücke. Warte, ich drücke. Ey, weißt du, wie viel Geld wir haben? Ich habe genug. Dann weiß ich, wie viel Geld wir hier mit dem ganzen Geld... Warte, warte, mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal. Ich krieg das Geld nicht... Ich krieg das Geld nicht hier raus. Aber jetzt... Lass du... Warte. Lass du kranken Warten nehmen, oder? Warte, hier ist direkt ein Automaten. Ja, wir können das direkt einlösen. Ey, das ist aber geil, oder? Willst du deine 260 Euro? Ja. Ja. Let go! Wollen wir noch mal? Ja. Ey, oder wollen wir so lange machen, bis wir den Hut kriegen? Warte, warte auf mich. Ich will jetzt mal wieder drücken. Ich drücke es hoch, und du darfst dann nachher wieder runterdrücken. Okay. Ey, oder wollen wir so lange das Video machen, bis der Hut kommt? Was für Hund? Der Hut. Achso, Hut, ja. Ey, das ist aber geil, oder? Ja, einfach wir zwei. Wir sind die Bestgewinner, aber die Bestgewinner. Wir wussten eigentlich keine Fragen. Ich habe nie gewusst. Ich habe Angst. Mit Maske, alle mit Corona-Masken. Perfekt. Oh, oh. Ja! Der Fernseher. Das brauche ich für mein Auto. Ja, den brauchen wir. Dass wir nachts heimlich filmen. Nein. Was sagst du's? Ich sage Beans. Beans. Mach du mal Korn. Mach du mal Korn. Korn. Ich hätte auch sie ausgewählt. Jetzt wird eins wieder ausgewählt. To sure. Alter, wenn sie mich wählen, ich raste aus. Nein. Bohnen sind da doch gar nicht, oder? Was? Das sind doch keine Bohnen. Ja. Mann. Oh, mein Bein ist kaputt. Mein Bein war kommlich in den Pärs. Wo are wein? Hallo. Guten Tag. Der Wotervoll-Boppel-Quiz. Oh, ne. We can't look ready to show show. Oh, ne. Oh, Teddy. Ne, das brauche ich nicht. Ich kann einfach einen Teddy gewinnen, ey. Wie ist das denn? Wollen wir mit Teddy auch machen im Auto? Ja, komm. Warte. Was? Wo? Ich sage B. Safety ist falsch. Ja, weil... Ähm... Na, erklärst nicht jetzt. Er erklärst nachher, wenn wir alles haben. Okay. Oder am Ende. Oder am Ende, ja. Von der Cris. Am Ende von... Den ganzen Cris. Ich sag B. War nur gerade, jetzt. Wir sind überlegen. Warum weißt du, was hier nicht dabei ist? Was? Ich weiß nicht. Ich sage Onions. Also C. Zwiebeln. Ich sage Zwiebeln. Wir zwei haben es richtig. Ich wuchte das noch nicht mal. Ja, ich auch nicht, aber wir zwei haben gut geraten. Ja, wir können das. Dieser Brain ist ein Big Boom. Big Baba Boom. Wir nehmen heute auch noch Roblox auf, stimmt's? Ja. Mit Notruf Hamburg diesmal. Und dann nehme ich das. Doch. Hm. Ja, stimmt. Ich sag C. Bitte zu einem Monster. Das wusste ich. Noch zwei Fragen. Ich wusste es, weil der Monster heißt Lou. Und er mag halt Toxic Waste. Noch zwei Fragen. Let's go. Gleich haben wir es. What's the best Roblox job? Haben wir doch gerade gehabt. Ey, war alles Pizza? Ja. Ja. Also Pizza. Oh, ich hatte recht. Also die Frage konnte ich mir merken. Noch eine Frage jetzt. Ein Fall, dann kriegen wir den Teddy. Ja, und dann hole ich mein Auto. Ist das nicht englisch, oder? Na, englisch ist das. Hä? TV, TV. Also jetzt kommen langsam die wiederholten Fragen. Ey, wir haben's. Soll ich mal ein Auto holen? Ja, komm. Woll's. Ey, warte. Hä? Ich hab Geld gewonnen. Wir wurden abgescannt. Das ist ein Teddy. Was? Das ist ein Teddy. Also sogar zwei. Und ich hab das Geld. Ja, wir haben zwei Teddy. Die sind einfach. Und zweimal 30 Dollar. Das ist 60 Dollar. Oh, Alter. Das Geld ist gerade richtig geflogen. Ich geh vor. Ich geh vor. Ja. Wow. Ey, darf ich nicht vor? Soll ich das, soll ich meinen Wagen holen? Ja. Ja, warte ich hier auf dem Polizeiorno. Hast du das Geld jetzt für dich abgegeben? Ja. Warte. Wo sind die Tendys? Oh, die hab ich umgefordert. Einer ist unter dem Polizeiauge. Und der Zweite? Weiß nicht. Der ist, glaub ich, hätte geflogen. Wollen wir auf Verfolgungsnackt gehen? Warte. 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 Warte, ich suche kurz. Ist er mit einem? Nö. Da bist du nämlich. Nein. Vielleicht hast du den auch im Fahrstuhl drin. Nein, ich hab beide in der Hand gehabt. Baumland ist normal. Ich hab schon nochmal Geld bei Ihnen. Boah. Alter, soll ich mich mal reinklitschen? Oh, gefährlich. Ach, schade, geh mal nach raus. Warte, drück mal runter. Drück mal runter. Ich hab's gefahren. Und jetzt starten ohne ihn. Nein, 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 warte, 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 warte. Exit, der Job. Ich bin hier. Meine Katze läuft einfach darüber. wir nehmen handen handel nuto hamburg auf danach ja let's go versuch nummer drei mit tv jetzt versuche ich richtig gut zu machen und ich hab's mal gewusst ich hab's ja ich sag auch was ist jetzt die lösung ich darf jetzt noch mal mir scheißegal wieder da stellt uns zu viele fragen ja wer ist so drei oder vier ist okay oder eine frage wäre ich die wir machen es wieder haben wir halt noch mal pizza ja warum kommt dann überhaupt die leichte frage wenn ein teddy da ist aber wenn tv schaut also ferns aber jetzt nicht verstehst du es ein point ich sag jetzt ich sag auch als einzige lang mich tut ach komm lass woanders hingehen lass wo anderen christ fahren ich kenne noch einen wo es ist ich habe ein button ja den klang wir jetzt so ich hab dann aktiviert wir haben jetzt die dritte etage frei ja komm nochmal runter ja komm nochmal runter Hallo, die wollten wir ja mitnehmen. Ähm, warum geht der Fahrstuhl in Glüchel lang? Hallo? 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 Auf einmal kommt nur das Schild umgedreht. Nein, das ist ne Schaukel. Danke, warte. Aber so wie ungespielt, einfach nur so im Fahrstuhl reinrammen. Warte, wir müssen das im Auto hinbekommen. Das ist ungespielt. Warte, ich nehm so lange mit, bis es ist ein Auto. Los, drück. Runter, runter. Ne, ne, einmal hoch, ich möchte noch mal gucken, ob da alles im Office gut läuft. Nein? Bist du bei Hund? Ich zieh dich einfach nicht. Ich zieh dich jetzt. Ja. Warte, ich will doch nur mein Teddy mit, äh, mein Teddy? Teddy. Teddy. Einfach wie Teddy gesagt? Teddy. Teddy. Du gehst vorbei. Junge, wie eh auch los war das von dir? Danke. Ich bin ja noch mal kurz. Alter. Ab ins Auto damit. Ich hab noch mal kurz. Hey! Ich hab noch mal kurz. Ich hab noch mal kurz. Hey! Hey, bitte nicht. Ne, ne, ich mach den hier kaputt. Ach so, ich dachte. Junge, warte, ich hol mir ein neues Auto. Der Bus hat meinen Kofferraum leer gemacht. Was für leer? Ja! Nee. Nee. Von Ansaat. Um. Und ich hab ein bisschen Bock. Der Teddy ist weg. Nein. Bo... 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 Ja, da ges Bo... Bo... Bo bo... Bo- Bo Bo... 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 Bo- Bo... 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 Bo teams sind und gott co Terste Jesu Off Neu Bo dot Warte! Warte! Ja genau! Perfekt! Ja! Ey das ist perfekt für die Katze! Die Katze ist im Kofferraum und nicht immer raus, aber die verfolgt uns. Die Katze hat gewonnen! Warte! Ich schieb's mal richtig von hinten rein! Mach jetzt zu! Mach zu! Mach zu! Au! Warte! Oh! Hat dich das Pilz gebissen? Ja! Äh nein, komm mal raus! Böser Kofferraum! Ey oder? Soll ich mal was sagen? So wie be like? Nein! Warte! Doch doch! Ich sag was so be like, okay? Dann mach! Die Mutter be like! Mama, warum heiße ich eigentlich Marokko? Weil du in dem Namen geboren bist! Okay! Warte! Ich sag mal, Bruder! Mal Bescheid! Es gibt Essen! Kofferraum! Es gibt Essen! Ha! Junge! Komm! Erst mal im Kopf gebissen! Oh! Ich hab Angst um den Teddy! Oh! Der fällt einfach raus! Bei Gott! Der kann sich überall durchquetschen! Der hat eine schwarze Nase! Und schwarze Augen! Wie die schwarze Seele! Oh! Oh! Nein, 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 nein! Der muss noch ein bisschen hoch! Ja! Das Plakat muss noch durchhalten! Mhm! Das haben sie ja davon, wenn wir keine Fragen richtig haben! Mhm! Soll ich zu meiner Villa damit fahren? Ja, versuch mal! Ohne zu crashen oder so, okay? Warte, da liegt jetzt ein Tansporter! Roter Teddy! Guck mal nach hinten! Der ist, glaube ich, rausgefallen bei dem Berg hoch! Lass zurückfahren, oder? Ja, mach mal zu! Warte, warte, warte! Jetzt so! Der arme Kopf! Ey! Wir brauchen nochmal zurück, den Teddy holen! Alarm! Er in Wetten sein Bein ist weg, weil er überfahren wurde! Oh nein! Wo sind wir hergekommen? Nein, 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 nein! Ach egal, scheiß auf Teddy! Hier hinten sind wir den Berg hoch! Hier hinten? Hier hinten? Ja, bei dem Berg! Ja! Bitte nicht! Nein! Der Teddy ist weg! Egal, scheiß auf Teddy! Die müssen jetzt gleich den Kuss noch mal machen! Weil wir den Fett verloren haben! Leider haben andere einen Tansporter holen! Da passt mehr rein! Nee! Ähm, wenn Tansporter passen mehr Watkins rein, als in einen! Ja und? Hör auf den! Nein, Klack hoch! Komm da, hängt's platt Art nicht so dumm! Da ist aus der Wäsche! Hehehe! Oh, komm mal raus! Hängt den an einem Pixel! Wenn mir so gefühlt! Oh, 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 der fällt gleich raus! Nein, 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 Witz. Der fällt hinten so. Was? Lass anfassen. Lass zusammen anfassen. Ey! Ja, schau. Warte. 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 Oh, oh. Wo ist los? Oh, nein, 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 nein. Oh, vielleicht ist es nur uns Polizei jetzt. Pflicht. Das ist die Polizei. Okay, wie viel wird das noch ausfüllen? Und das eine Schild liegt einfach bis zu Afrika. Ja. Warte mal, lass uns das Auto da holen. Nein. Warte, ich hole den Wobby da raus. Ich habe den Wobby rausgeholt. Warte, gute Idee. Warte. Der Wobby ist noch drin. Der Wobby ist rausgefallen. Ich habe jetzt Angst. Warte. Warte, 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 warte. Stell mich rein, warte. Ich will mich reinstellen oder du bleibst drin. Warte, warte, ist perfekt, ist perfekt, oder? Jo. 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 Und jetzt fliegt er durchs Fenster durch. Und wir fällen einfach blind durch die Stadt. Und deswegen wollte ich den so hinstellen. Warum ich den so hinstellen wollte? Warum? Weil er dann so schön fliegt. Warte. Das kann nicht gut ausgehen. Hol's mal. Hol mal. Warte, ich mach's nochmal. Ich steck ihn nochmal so im Kofferraum. Ich hab's gerade gemacht. Du wolltest mich überfahren, richtig? Das ist gefährlich, oder? Bisschen nicht hochfahren. Bisschen nicht hochfahren. Ach, komm. Hey. Das ist so fit. Warte. Das ist mir durch, danke. Darf ich? Darf ich? Hey. Das müsste ins Haus rein sein. Oh, im Haus regnet's auch, oder? Nee. Im Haus regnet's nicht. Warte. Ich hab eine gute Idee. Warte. An das Glas. Warte, so hier. Warte. Das soll ja ein Geheimgang bauen. Warte, weil wir hier die Sachen verstecken. Ja. Ich hab was nochmal zum Sitzen gefunden. Nein. Warte, weil das Bild steht nicht richtig gerade. Oh nein. Ähm. Der ist arme Klavier. Ähm, stimmt. Wir können nicht ums Pool. Ich weiß auch den Grund. Weißt du warum? Warum? Es regnet. Wir sind dann ja schon nass. Äh, ich musste was sagen. Komm, aber erst mal in den Wild Pool. Es wird ja auch leer. Ich muss in den Wild Pool. Ja, leck, 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 leck. Uff! Ich muss in den wild Pool. Ei, lass uns ins Farbe! Nein! Oh! Warte. Nein. Kommt aus. Nein. Der wäre auch ins Pool. Ähm, nicht ins Pool. Im Whirlpool. Äh, ja, du weißt doch, was ich meine. Oh, mal. Rate mal, wie lange ich schon aufnehme. Ähm, 40 Minuten? Nee, eine Stunde, eine Minute. Eine Stunde. Äh, go. Ähm, das sieht irgendwie falsch aus. Ich kann nicht raus. Äh. Äh. Oh, ich kann nicht raus. Äh, guck mal unsere Beine an. Warte, warte, bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Äh. Äh, wir machen das jetzt das Verboten. Kriegst du das? Was? Was hier passiert? Wo, wo ich bei dir hinfasse. Ich will nicht raus. Oh, ich will ihn da raus. Ich will ihn da raus. Ich will ihn da raus. Äh. Die erkrinken. Oh, okay, ich lass ihn los. Hallo. Oh nein. Dein Bohr hängt hoch. Äh. Hast du kein Haus? Leute, dafür würde ich jetzt sagen, lasst ein Like und ein wunderschöner Abo da. Und tschau. Und lasst ein Like und tschau. Und ein Abo da. Tschüss.